Genug geübt! Jetzt beginnt der richtige Kampf! Gut, mal geht's jetzt, wer von euch? Da sind wir da ein bisschen koordinierter. Oh nein, das war jetzt nicht koordiniert. Bitte? Was war nicht koordiniert? Ja, das ist jetzt gemacht. Aber sonst eh. Oh nein, das ist koordiniert. Das war ja auch. Jemand mit Gas willst du nicht einatmen. Stoße zur Sicherheitaufzone vor. Verstanden. Aufgepasst, Leute. Hilflieferung im Anflug. Sichert die Fracht. Auftrag bestätigt. Feindlicher Soldat in der Nähe. Auftrag bestätigt. Ruhe. Vergesst die Anfrage. Verfeinde gespielt. Sammelpunkt markiert. Da haben wir hier. Setze einen Sammeln. Das Primärziel ist, alle Feinde auszuschalten. Angreifen. Oh, war das ein Tier auf der Schnau? War das auch noch ein? Ich. Ich hab das Gefühl, Panthe Party findet man nach Ruhe mittlerweile. Hol einer, diese Panzer. Aber ich find die Time To Kill ist... Alter. Was? Ich find die Time To Kill ist ein bisschen runtergegangen. Kann das sein? Was? Nein, die ist steifigig. Ich hab euch immer noch in der Basse Tasche gemerkt, oder? Ich glaub das ist über mir. Da ist er, genau. Steck. noch eine Pamphte Tasche da. Sammle ich auf. Hallo, ist die Ender? Bei dir bin ich ja nämlich gleich dran. Das Gas breitet sich aus. Was machen wir, Kinder? Die Schocken wäre geil. Beim Kistbomb sind welche. Markiere den Zielpunkt! Norbert, da meine Sperson, Gegner? Mhm. Ich hab Spezialistenbonus gekriegt. In der Kiste. Ja, beim Kistbomb, ja. Alter, wie OP sind diese Kisten aber mittlerweile? Ich setze mal einen Brezi auf den Kistbomb. Verbündeter Präzisionsluftschlag kommt! Achtung! Ist er untergeschwung? Markiere den Zielpunkt! Ahne Schienburg? Ah, das ist gekriegt. Wahnsinn. Alter. Alter, wie lange brauchtest du nachladen? Was? Ich weiß, aber wo ist der zweite eigentlich? Da! Vor mir! Markiere den Zielpunkt! Ja! Alles klar! Ich geh von hinten ran! Haben wir ihn angehütet? Ja, ich geh von hinten ran! Darin kommt halt jetzt rein! Ich lasse... Ich lasse mal! Hier auf die Gänger? Nein! Warte, ich komme schon! Wenn ihr jetzt genug Munition habt, dann laden wir fertig einen Cut. Boah, du hast mir alles weggenommen jetzt da, Munition. Okay, aber ESG brauche ich nicht. Ich brauche nur MP. Scheiße, vollzogen. Was brauchst du? Hast du mit MP oder was? Vorratskiste gefunden, sofort sicher! Ja? Ja, jetzt gerade im MP-Sniper. Okay. Wir haben eine Muni-Box. Ja. Jemand muss das mitnehmen. Die haben aber schön geholt. Ich weiß nur, dass ich mit der Waffe auf der Distanz eigentlich gezogen habe. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. Warte, das ist jetzt glaube ich die vierte Panzer, die ich verpumpen habe. Auf den Himmel achten! Komm jetzt! Ja, ich stehe. Ist dort oben ein bisschen geboren? Der ist da hinten. Kontakt! Locked. Rechts von uns war eine Scheibe auf jeden Fall aber. Oben am Dach war einer. Markiere einen Sammelpunkt markiert. Markiere einen Sammelpunkt. Okay, ich versuche mir den am Dach zu holen. Hör不要 auf der Seite. K好像? Oh, das ist kein Router Klohn. Das ist kein Router Klohn. Das ist kein Router Klohn. Dich verstehe aber nicht. Das ist kein Router Klohn. Dich大 скаж. Ich habe einen Shield-Break. Ganz um, oder? Ganz um, ja. Ich springe mit dem Fallschirm. Ja, links runter, links runter. Ja, hinten runter. Da hinten am Tag. Da ist noch, da hinten. Sorry, vielleicht hätte ich jetzt nicht schießen sollen. Oh, war schon. Verkündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Nix. Gut. Aber ich schätze mal, vielleicht ist das unser Kopfgeld? Hinter uns ist unser Kopfgeld so unterdrückt. Ja, ja, aber vielleicht... Vielleicht haben wir alles zusammengegangen, was ich meine. Da drinnen war. Markiere den Ziel! Das war anders hier unten. Okay, jetzt hört man schon wieder ein Prezi auf mich. Unglaublich. Ich bin down. Ich weiß nichts von wo. Dreh dich wahrscheinlich, oder? Ich war aber im Gebäude drinnen eigentlich. Hier beim Fenster. Bleibt bei mir. Bleibt bei mir. Ich wollte versuchen, Norbert zu holen. Oh, danke. Start. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wundervoll. Ich war hier, wie ich mich geholt wurde eigentlich. Hier in der Mitte. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hört er dich ab, schau sie. Auf der oberen Sitz. Norbert. Schon mal fast gedacht? Kann sein. Ah, den Ober hol ich gleich. Ich auch. Ich könnte noch der Lohnes holen, aber das ist was ich gesagt. Ich hole mal die Drohne. Okay, steck ihn. Stopp. Da liegt eine Gasmaske. Wer braucht eine Gasmaske? Ich zünde mal, dass es keine Überraschung gibt. Ja. Dann lege ich ihn noch eine. Soll ich noch ein Logik kaufen? Ich fläge? Das mag ich gar nicht. Nein, ich habe eine Drohne. Ich habe eine Drohne. Achso. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Ich habe mir eine Unkohl. Ich habe auch für Überraschungen. Feindliche Drohne ist aktiv. Drohnen Treffstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Ich habe eine Drohne. Ich habe eine Drohne. Ich habe eine Drohne. Das ist unsere Kiste, gell? Das kann ich nicht sagen. Weil ich eigentlich mit Spezi-Bonus, wenn ich... ...bloh die Kiste nehmen dann, gell? Ja. Kannst du Schitter, gell? Ja. Du hast ja eh alle Puts. Ja, ich weiß. Ich habe mir gedacht, sie haben schon so viel Kohle, Alex. Doch, dass egal wäre, was das aussieht. Soll ich noch eine Ton aktivieren? Ja, kannst du. Okay, ich glaube ein Prezi. Los. Was dann aktiviere ich? Wir brauchen hier Aufklärung. Ja, beim Schub. Die Drohne beginnt über. Ich habe Totenschille. Mhm. Dann bleibe ich ein bisschen zurück. Feindliche Drohne ist aktiv. Ich habe den Kiste zu stürzen. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Da unten ist einer. Der habe ich gekillt, Norbert. Aber den hättest du sehen müssen, Norbert. Der war schon auf die Ruhe angezeigt. Ja, ich habe nichts Sinn, aber ich war... Norbert, ich kann dich gar nicht holen. Kommst du raus? Bleib rein. Ich habe feind. Dann hat die Deckung gefüllt. Ja. Eigentlich war ich ja oben drum, bin ich voll drauf gegangen. Das war der Fehler. Ja, aber trotzdem. Du musst die Deckung haben. Auch wenn du oben bist. Verbündete Drohne in der Luft. Stöbern wir sie auf. Da kommt noch einer. Ich bin rausgeflogen. Ich denke, Affen ist nicht viel weg. Stark. Da unten sind dann welche. Markiere einen Händler. Ich komme noch eine Drohne drauf an. Ja. Noch. Noch. Wir brauchen hier Aufklärung. Kommt noch eine Drohne für mich bitte. Das Gas nähert sich dir. Ja. Oh, das hast du mir keine gekauft. Na gut. Oh ja, da. Ich seh die Drohne. Achso, wegen der Klasse war. Ja, sorry. Hat mir den Klasse angesagt. Oh, jetzt hätte ich mich aktiviert. Aber ich so wischt. Ich kaufe noch eine und lasse den Klasse halt da. Drohnen Treibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum auftanken. Drohnen Treibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum auftanken. Schade. Ja. Ja. Blöd, dass Dominik rausgeflogen ist. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Schade bei uns ist er in der Nähe. Der muss aber in der Luft sein, oder? Ich glaub schon, oder? Mach du wissen. Wir müssen ja wen. Wir müssen ja in der Luft sein, oder? Genau, neben mir. Da unten kann man jetzt den Lecher lang machen. Greife den Feind an. Okay, ich komm jetzt hinter mich hin zu finden. Hey. Okay. Ich komm jetzt hinter mich hin zu finden. ich werde hier beschossen das war das ist da ist jetzt einer hinter dem Kloch, neben dem Gebäude wir müssen halt in die Zone machen das ist auch eine Datik-Zone mehr auf nein, ich glaube es kann nicht mehr ja, das ist nicht mehr ich bin nicht gefürzt ja Geldlieferung im Anflug Abfangen und die Fracht beschlagnahmen der kommt gleich hoch der andere ja es geht wieder die Schweine schießen auf mich wer für Betäubungskraft das ist genau so, Junge habe ich gerade angehittet? ja nein ich habe mich selbst aber du kannst dich auch holen, weißt du? das verstehe ich nicht ja, jetzt ist er vor uns markiere den Zielpunkt Betäubungskraft nein du hast dich heute zu wenig holen lassen aber du hast kein Leben und schaust noch runter verstehe ich nicht du bist jetzt im Gulag überlebe um erneut eingesetzt zu werden bringen wir die Sache ins Rollen rechts hinter dem Container hinter dem Container jetzt bist du dran bereit machen rechts hinter dem Container er läuft ins Haus kommst du schon bald wieder raus nein, jetzt ist er wieder draußen er läuft weiter alle Schweine schießen auf mich so, ich bin jetzt spät gespawnt ich bin nicht ganz am Anfang dabei gewesen aber schon wussten wir nicht so gut wenn du hier gewinnst geht's zurück aufs Schlachtfeld verlierst du ist dein Kampf vorbei beweise dass du es noch drauf hast Soldat das war nein wir schicken dich zurück zur Basel dein Team kann für deine Befreiung bezahlen wenn das Geld reicht aber stehst du noch mal was ich machen du hast kein du erhitzt dich grad an du es kannst nehmen und du kannst noch mal runter und ich sag dir kommst und ich hab den da raufkommen ja hast du also ich konnte das ja nicht zum Spaß ich dachte das war der gleiche ich dachte das war der gleiche ich dachte das war der gleiche jetzt gucken wir das der oben ist du hast ja gesehen das ist ein ganzes Team oder was auf der Drohne ja in der Hektik habe ich jetzt nicht so geschaut auf der auf die Karte ja aber du weißt das ist ein ganzes Team Norbert da war die Drohne ja auch schon denkend markiert aber du hast das ist ein ganzes Team und wir haben erst einen gekillt das heißt es sind noch zwei unten und einer habe ich dem markiert der ist dort hinter und einer habe ich dem markiert der ist hinter dem Gebäude die ganze Zeit schon ja mit dem Volkohlen du hast keine Plaschen mehr da ist eine Granite ja was macht wir haben keine Ruhe aber beim nächsten Mal kehren wir stärker zurück Gefängnisausbruch also Gefängnisausbruch Alter Gefängnisausbruch Vielen Dank.